Die Sonne geht auf an einem strahlenden Morgen. Überall wachen die Menschen langsam auf und starten in den Tag. Ja, aber sieh mal da! Ja, was ist denn das? Schreck und seine Freunde, die schlafen ja immer noch tief und fest. Kannst du sie aufwecken und ihnen helfen, sich fertig zu machen? Guten Morgen, Schreck! Schreck 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 Das war's. 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 Alex. Das war's. 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 Das war's.